Es ist noch 7. Das dann in der Einerwertung der Kirschperner. Wir haben ein Grünschpalette von Hansi. Ein Grünschpalette. Wie ist es? Gut! Komm! 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 Hop! 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 Schwerst die Pongler. Im Hinblick auf die 30. Bleibt die 49. Kommen 2 Sekunden. Geradeaus, geradeaus! Geradeaus! Ja, gut! Super! Und alles einfach, unterwegs sind wir hier in der Rissimme mit Wiescht-Schwitz. Und auch hier ist die Männer-Schwitzer-Mäste. Bravo! Brava! Wooohooo!